Ich bin in der richtigen Vollzeit und möglicherweise an Besicht haben, wo ich grafisch auch was ausgedacht habe, das haben wir in den letzten Jahren jemals erlebt. Also Nico Rosberg, auf und vor und vor sich in einem Tournebord, wo wir gekennzeichnet haben, wo wir uns noch betraut sind, mit einem Nico Rosberg im Vorderein fressen, ich gehe noch hinein. Vielen Dank.